Pyrrha. Gloss Neuschwanstein. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal hin und lass uns nochmal angucken. Können wir ja mal bei Zeiten machen. Schlürf, Schlürf. Dieses Geräusch beim Blut aufsammeln. Ja, uns nützt das Blut nichts, wenn wir keinen Schleim haben, ist das Problem. Du weißt? Aber lieber, lieber lass Blut schonmal haben. Lieber Blut im Magen als... Wie weit bin ich denn hier geflogen? Dr. Frankenstein. Wo wohnen wir? Da ganz unten wohnen wir. Ach du Scheiße. Hier ist ein Krokodil, Hilfe. Ach, ich habe übrigens nicht aufgepasst. Meine Schuhe sind kaputt. Nein, die guten verzauberten Schuhe. Meine OP Schuhe sind kaputt. Ja, aber wie willst du die reparieren, wenn du nicht genug Level hast? Ja, es geht ja nicht ums Reparieren. Ich konnte es ja sowieso nicht anständig reparieren mit den Level, die wir drin hatten. Mit den 74. Und ich weiß auch nicht, ob da vielleicht nicht doch ein bisschen zu viel drauf war. Nein. Nur so ein ganz klein wenig vielleicht. Ich gehe gleich in den Gamebot, um zu reparieren. Geht das? Ich glaube nicht, dass die Leute sehen wollen, wie wir jetzt alles wieder neu craften. Neue Herstellung hast du nicht gesehen. Nein, nein, das mache ich sowieso anders. Achso, wie hast du das vor? Ja, ne. Entweder Offscreen oder hier mit kleiner Hilfestellung. Kleiner Hilfestellung? Gamebot. Ja, das bringt ja so nichts, ne? Ne, wir wollen ja auch was Neues zeigen und nicht mehr das Alte hier. Genau. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich spawnen mal eben 13 Piggies. Was? Hier musst du hier 13 Piggies spawnen. Oh nein! Und da ist ein Boss dabei. Ne, du bist ja ein Held. So, das habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wofür dieses Void Satchel ist. Wofür ist das? Kann man das nicht craften? Void. Was macht man damit? Da ist ein Void Tier. Braucht man auf jeden Fall dafür, um das zu machen. Was kann man damit machen? This Void Satchel currently holds nothing. It has a capacity of 64. Ja, so viel habe ich jetzt auch schon verstanden. Aber wie man das benutzt, weiß ich nicht. So, jetzt habe ich doch hier noch mehr Spawn-Dinger. Die packen wir alle mal hier hoch. So. So, wie viel brauchen wir denn noch? Noch 11. Zack, ich mache jetzt mal was ganz verboten ist hier. Guck mal bitte alle weg. Guck mal bitte alle weg. Wer jetzt noch hinguckt, ist selber schuld. So. Ja, dann müssen sie aber bei mir auch kurz weg gucken. Wieso? Weil das bei mir auch da steht. Ach so. Okay. Dann einmal wieder in die Richtung. Mal erstmal wieder Vollesser. Wuhi wuhu. Jetzt habe ich noch was vergessen. Ihr müsst noch mal weg gucken. So, ich muss mich jetzt einmal ausziehen, damit ich meine Sache mal kurz abbringen kann. Wenn ich das schon mache, dann richtig. So, jetzt nochmal weg gucken. Schon wieder ein Boss. Ihr habt ja alle weggeguckt. Ihr guckt immer noch weg. Ich repariere nur gerade ein bisschen. Das ist also, ihr verpasst hier gerade quasi gar nichts. So, komm mal her. Komm. So, jetzt könnt ihr wieder hinschauen. Ist nichts passiert. Ich habe hier mein Auslöser, bis ihr da ganz, wie ihr seht. Alles ist gut. Ich habe hier noch so ein Pokal. Empowerous Chalicey. Ein Infinitive Water Bucket. Unless you drink from it. Trades life for hunger. Äh, wat? Ich habe irgendeinen geilen, äh, jungen Brunnenkelch. Ja, es gibt wohl, das hat mir auch jemand geschrieben. Ähm, da zieht es einem anscheinend irgendwie, anstatt Schaden, Hungerleiste. Aber das finde ich auch nicht so prickelnd. Trades life for hunger. Müsste dann wahrscheinlich das sein. Schauen wir mal. Wenn ich mal wieder Hunger habe, oder wenn life fehlt. Ähm. Jetzt habe ich hier, komischerweise, Schleimbälle. Kann ich, kann ich ja jetzt. Die waren in der Kiste drin, ne? Jaja, klar. So, ähm. Ein ganzer Steck, das ist natürlich nice. Sowas aber auch. So, dann mache ich mir jetzt Creep Balls raus. Zack. Denn Creep Balls braucht man, um, ähm, den Boden da unten rot zu machen. Den mache ich jetzt rot. Jetzt gehe ich runter. Zack. Machen wir ja. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Mac Reap Balls habe ich jetzt nicht. Und dann nehme ich hier dieses, ähm, Geminated Biomass Blub-Gedöns und pflanze das hier mal ein. Kann ich das nicht da einpflanzen? Ich muss es doch jetzt einpflanzen können. Was fehlt denn jetzt noch? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ach, ich muss da noch so ein Loch reinmachen, glaube ich. Ja, dafür brauche ich, glaube ich, so eine Spitzhacke. Ich muss nämlich da ein Loch in den Boden reinhacken jetzt noch. Aber irgendwo muss die Pflanze ja auch eingesetzt werden, ne? Jep. Wahrscheinlich wie mit einer Hau oder so, ne? Ja, aber das macht man in dem Fall hier mit so einer, ähm, Glaive. Mit einem Zahnstocher. Mit einem Zahnstocher, genau. Ich meine, das wäre so, ich gucke mal. Genau. Ich könnte Ihnen zwei Flaschen Blut anbieten. Jetzt, das ist schön. Tut mir einfach hier, gib mir mal so ein bisschen Blut. Dann wächst das Zeug in mich schneller. Moment. Wubi wubi wubi. Erstmal meine kaputten, fast kaputten Stäbe hier aufbrauchen. Mach mal. Ich brauche noch ein paar Spinnenaugen. Da habe ich noch welche. Das ist sehr gut. Genau. Kann ich noch mehr von diesen Dingern herstellen. So, wo sind die Spinnenaugen da? Leck. Hast du zufällig Gehirn dabei? Kannst du mir die zuschmeißen? Moment. Ach so, dass ich sie direkt aufhebe. Dann muss ich sie nicht wieder aus dem Rezept raus. Ich danke Ihnen. Ja, das ist genug. Danke. Du hast gesagt ein paar Gehirne. Ja, da meinte ich nicht gleich viel Sex mit. Weißt du, wo ich gerade war? Ja. Kannst du mal ein bisschen von deinem Blut auf die Pflanzen kippen? Also eigentlich nicht auf den Boden der Pflanzen, nicht auf die Pflanzen selber. Ja, da nicht. Da ist ja keine Pflanze. Eumel. Da wo die Pflanzen sind. Geht nicht. Du musst den Boden anvisieren, nicht die Pflanze. Genau. Perfekt. Das ist widerlich. Wieso? So, jetzt kann ich noch mehr von diesen Pflanzen herstellen. Wir haben ja noch ein bisschen. Eine habe ich noch, das ist schon mal ganz gut. Wir brauchen davon mehr. Wir brauchen noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Ähm. Noch fünf. So kann ich den Rest nicht reinfüllen. Du müsst eigentlich nicht jeder reinfüllen können. Geht gerade nicht. Echt nicht? Nein. Vielleicht muss die Flasche voll sein, damit das geht. Kann sein. Nein. Die kannst ja voll machen. Einfach hier in den vollen Tank, oder? Nein. Schade. So, ähm. Tu mal in den Zaubertisch rein. Tu mal in die linke Dings rein. Die leere Flasche. Äh. Zaubertisch? In den leere Flasche. Kannst doch wieder füllen, oder? Ja, schon. Aber muss ja jetzt nicht. Ich mache die andere einfach wieder voll. Sind nur noch fünf Stück drin. Okay. So, ich baue mir jetzt erstmal so ein Soul-Dings. Da muss ich mal kurz nach draußen. Mach mal. Und ich brauche eine Shuffle. Okay. Biomasid war. Achso. Ich brauche wieder fermentierte Spinneneider. Spinneneider. Ähm. So. Da brauche ich, äh. Pfui. Pfui. Zucker habe ich. Pilze habe ich. Spinnenaugen fehlen mir. Aber eigentlich ist das ganz cool. Also wir haben diese, ähm. Ganzen Scheiß-Mob-Drops, die wir hier immer haben. Auch mal einen Sinn, ne? Ja. Augengehen. Hast du nicht gesehen. Das ist eigentlich ganz cool. So. So. Das heißt, ich muss in der Mitte einen Closed-Down-Block. So. 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 Dann machen wir das so. Wir brauchen noch eins. Dank. Oh, die sind zwei Stück schon ein bisschen gewachsen. Das ist ja cool. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir. 5 brauchen wir. 5. Wo sind sie denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Wieso kann ich das Blut nicht rausnehmen? Was ist denn jetzt hier los? Musst du denn hier auf Entroll oder so gehen? Ja, aber ich kann, ich kann die nicht mit Blut versehen jetzt. Achso. Ich wollte die Spinnenaugen da reinpacken. Das geht natürlich nicht. Ich muss natürlich erst aus den fermentanten Dings da spinnen. Äh, äh. Hast du nicht gesehen? Zies machen, ne? You know. So. Und dann noch, äh. Mit den Warzen zusammen. Okay. Hier. Hier. Und hier. Genau so. Das habe ich natürlich vergessen. Was muss ich jetzt mit dem Diamanten machen? 1, 2, 3, 4, 5. Was machst du denn schon wieder? Äh, hier das Soul Dingsbums. Slave. Ah, okay. Hubs. Soul Shard. Und die kann ich jetzt glaube ich irgendwie füllen. Wie machst du das mit dem Soul Shard? Oh, hier ist schon eine fertig. Eine Pflanze, so wie es aussieht. Ich glaube die ist schon fertig. Bin mir nicht sicher, dass sie noch ein bisschen stehen. Ähm. Bin schon fertig. Es ist alles quasi zu Endstone geworden. Was? Aber ich kann, ich kann dann gleich nochmal eins bauen. Wie machst du das mit dem Soul Shard schon jetzt? Weiß ich noch nicht. Aber normal ist es auf die Souls rechts klicken. Aber den kann ich mir gleich mal wieder... Was hast du denn gebaut dafür? Hier in der Mitte war ein Glowstone Block. Ja. Hier. 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 Und hier war netherrack. Ja. Und das war Endstone. Und dann nehme ich den Diamanten und klickst dir in der Mitte auf den Glowstone Block. Dann hüpft so ein Soul Shard raus. Ne, sowas. Aber ich kann gleich dann nochmal eins bauen. Ich nehme die Sachen mit. Ist das nicht so ein Soul Shard wie man auch von den Dingern kriegt die man die umbringt? Die Viecher? Ne, ich glaube mit denen kann man sowohl auch die Souls von den Viechern aufnehmen. Als auch, dass man glaube ich sogar auf ne Mobspawner klicken kann. Äh, um da irgendwie... Ja, weil ich guck mal, ich hab immer noch dieses Ding hier. Guck mal hier. Ich weiß nicht wofür das hier ist. Äh... White Satchel. Keine Ahnung. Dann gehst du mir wieder. Haubeutelchen. Vielleicht ist da Viagra drin. Guck mal, schön ist auch das hier, oder? Das ist mein Jungbrunnen, mein Kirch der ewigen Jugend oder sowas. Der ist schön. Hab ich ja vorhin schon vorgelesen, aber der sieht doch gut aus, oder? Ja. Der heilige Gral. Ja, sozusagen. Ähm... Soll ich nochmal äh... Ich wollte mal das ausprobieren, ob das jetzt äh geht mit dem... mit den Souls. Genau. Und dann könnte ich in der Hinsicht gleich mal vielleicht die Flaschen nochmal voll machen. Weiß ja nicht, wie viel wir noch brauchen. Oh, keine Ahnung. Ja, lieber haben wir noch ein bisschen was. Hab ich das jetzt aufgehoben alles? Biomasseids? Ne. Ich sollte das eigentlich Biomasse rauskriegen. Hab ich aber nicht. Eigentlich. Oder er war noch nicht fertig, das Zeug. Aber er sah schon fertig aus. Da baut er sich auf, der Nähter. Erstmal hier um die Creeper kümmern. Mit denen möchte ich nicht spielen. So. Auf die Schweine! Mit Gebrüll! Keine Ahnung. Was machst du jetzt? Ach, so ein bisschen. Aber Schweineköllen. Naja. Willst du aufhören mit deinem Lochbeckschwert? Das ist ja hier heftig. Ne, damit höre ich nicht auf. So, du meinst gar nicht mich. So. Okay. Also an den komischen Fliegedinger geht's nicht. Das geht wahrscheinlich wirklich nur... Ja. Mit der Flasche. Hä? Was? Bin irgendwie vergiftet. So, wo hast du gesagt, ist jetzt hier ein neather Portal bei uns in der Nähe? Ähm. Wenn du... Wenn du, ähm, aus dem Haus raus gehst. Ja. Rechts. Ähm. Da siehst du irgendwann, ähm, so bevor es in den Wald reingeht. Wo ist der Gasschen wieder? Warte mal kurz. Hab's gefunden, ja. Aber man kommt auf das andere Portal wieder raus, ja? Ja. Naja. Besser als nix. Oh, der Nether muss laden. Oh, der Nether... Der wird gerade überfordert von mir. Aber gibt's eigentlich zwei verschiedene Netherbacks? Was ist denn da der Unterschied? Keine Ahnung. Aber das mit dem Spawner möchte ich auf alle Fälle noch ausprobieren. Bräuchte ich eigentlich nur mal kurz in die Burg gehen. Tainted soil. Das ist eine. An den Blaze-Spawnern. Du willst spawnen? Ja, 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 ja. Kommt her, meine Freunde. Ja, kommt her. Kommt her, ja. Oh nein, ein Boss-Pigman. Ein Boss-Pigman und es leckt. Yeah. Kommt her, ich muss gleich leben lassen. Kommt her. Kannst Du gerne ausprobieren?